Oh, Blumon hat wieder geschrieben. Eddies sind unterwegs. Nice. Haben wir, glaube ich, gerade auch bekommen. 5000 oder irgendwie sowas. So. Dino. Ich habe Arbeit. Hohes Tier von Biotechnica. Sie versteckt sich. Ich mach die mal kurz aus. Wieder Auftragskiller. Geht um eine Frau namens Joanne Koch, Regionaldirektorin für Tech und Entwicklung oder irgendwie sowas bei Biotechnica. Was heißt, dass sie die ganzen aufregenden neuen Spielzeuge getestet? Ihr jüngstes Testprojekt? Tja, das hat über 70 Menschen das Leben gekostet. Mitglieder eines Clans namens Red Orchid oder Red Ochre oder so? Koch hat versucht, die Familien mit ein paar Annys zu trösten. Hast du das schon mal versucht? Funktioniert komischerweise nicht. Wollte dann Gras über die Sache wachsen lassen, aber das Gras wollte nicht so recht. Diese ganzen Familien haben zusammengelegt, um jemanden anzuhören, der Frau Koch eine hübsche Grußkarte für ihr letztes Projekt zukommen zu lassen. Du warst schon eine total nette, damit sie weiß, wie wichtig sie ihnen ist. Ich schicke dir die Koordinaten vom Hotel, in dem Koch sich einquartiert hat. Schick mir eine Nachricht, sobald sich der Rauch gelichtet hat. Okay. Okay. Nehmen wir erst mal das mit. Oh, Kamera, hallo. Lass mal ausmachen. Den können wir auch gleich mal schlafen legen. Yay, Level 9. Wollen wir mal verlinken. Können wir noch ein bisschen Geld. Äh. Joa. Easy. So, Sicherheitsgeschütze. Oh, ja. Direkt mal ausmachen. Und die Kameras. Einmal auch. Problem mit der Klimaanlage. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Klimaanlage in meinem Zimmer kaputt ist. Es ist sehr sticky, Kitterin. Und außerdem riecht es seltsam. Bitte kümmern Sie sich so schnell wie möglich um dieses Problem. Sonst muss ich mich beim Management beschweren. Okay, Karen. Und Implantate sind wirklich cool. Äh. Wo müssen wir denn? Lang. Besten Arbeitgeber. Schön. Nehme ich auch mit. Aber ich geh erst mal hier rüber. Yay, noch mehr Kameras. Aber die müssten eigentlich aus sein, oder? Oh no. Nicht so einer. Können wir den nicht auch ausmachen? Ich glaube, die sind auch aus. Kaufen wir es mal. Erreiche den 19. Stock. Easy. Erstmal. Betritt Kochs Apartment. Dauert erstmal eine halbe Stunde, bis wir oben sind. Okay, die Roboter irritieren mich ein bisschen. Ich glaube, die sind aus. Zumindest noch. Enten läuft jemand. Ich glaube, die Kameras sind aus, aber die wirken nicht sonderlich aus. Bemühen sie hier. Sehr unauffällig, wie die Tür hinter mir zugeht. Da hätte ich gerne mal geguckt, aber naja gut. Oh, das war knapp. Eine Kamera, oder? Ich glaube, die hat nicht richtig ausgemacht anscheinend. Kacke. Das ist nicht so gut. Das ist doch noch eine Kamera. Ich sehe sie doch. Äh. Jetzt. Mal ausmachen. So. Was haben wir hier hinten noch? Oh. Tschüss. Nicht, wenn da zwei sind. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen auffällig. So nochmal Geld holen. Ach, natürlich. Kriegen wir wieder nicht auf. Kacke. Vielleicht kommen wir ja außen rum. Richtig beim Balkon, oder so. Okay, es sind nur noch mehr Leute, die hier rumrennen. Ich kann da wieder zumachen. So. Das ist ja doof. Ich muss doch noch in das Zimmer von den anderen beiden rein. Ah ne, hier muss ich rein. Hier muss ich rein. Oder? Bezutkochsapartment. Doch, ich muss hier hoch, tatsächlich. Okay. Okay. Doof. Ich bin gar nicht da. Da ist ne Kamera. Könnte ich irgendwie hacken von denen oder ablenken oder irgendwie sowas. Breach-Protokoll können wir ja mal machen. Toll, jetzt sind alle alarmiert, glaube ich, wenn ich denn was gehackt habe, oder? Irgendwie überlinken die alle. Da ist noch ne Kamera. Da ist noch ne Kamera. Da ist noch ne Kamera. Gott, hier sind so viele Leute. Wir finden dich. So oder so. Oh. Was tun, Hacker? Oh. Okay. Der kommt da rum. Da hinten sind noch zwei. Hier ist ne Leiche. Na, lauf doch mal hin. Oh. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus! Okay. Kommst du zu deinem Kumpel? Warte, jetzt wird gesagt. Kann mir erstmal egal sein. Ich spring jetzt mal hier rein. Hallo? Ach, das ist er. Aufwachen. Ah. Nein, ich kenne deine Sorte. Hab selbst genug angeheuert. Du wirst mich nicht gehen lassen. Aber lass mich wenigstens die Testergebnisse für zukünftige Forschung gegenchecken. Die Nomaden sind sowieso schon tot. Lass sie nicht umsonst gestorben sein. Okay, aber keine Tricks. Du stirbst hier und jetzt. Was bringen die Testergebnisse? Die macht Dummheiten locker. Aber du hast direkt eine Knarre im Nacken. Uh, da ist orangenes Zeug. Das hole ich mal kurz. Mir egal, was sie macht. Ich will das orangene Zeug haben. Nice. So, ich bin wieder da. Neutralisiere. Hier geblieben. Oh Gott. Tja. Sie wollte ja nicht anders. Oh. Ja, da haben die ja geguckt. Oh. Oh, scheiße. Die sind übel. Wow. Oh. Wer schießt da? Wer schießt denn? Oh, hinter mir. Na, jetzt ist ja was los, Mann. So schön geschlichen die ganze Zeit. Wo sind die denn? Die sind doch bestimmt oben alle, oder? Geh mal kurz nach oben. Geh mal kurz nach oben. Jetzt ist auch egal. Kommt doch aus. Ich glaub, die sind da alle unten, oder irgendwo. Na gut. Äh. Ach toll. Ja, natürlich kommen wir wieder von vorne nicht hier in ihr Apartment rein. Ich wollte nämlich nochmal durch die Wohnung gehen. Ich hab ja grad die Zeit. Und mal vielleicht ein paar Sachen looten, oder so. Oh. Er hat mich gesehen. Was hat die denn hier? Äh, Carrie, hey, wie läuft's bei dir? Gehören dir die Straßen von Night City schon? Hey, hey, könnte man so sagen. Bei mir ist einiges passiert. Eigentlich will ich bloß überlegen. Sagen wir mal die... Irgendwas. Oh. Bei mir ist einiges passiert. Sogar ohne dich. Oh mein Gott. Wer hätte das erwartet? Na dann, ich bastel gerade an ein paar neuen Songs. Okay, ehrlich gesagt, denke ich bloß über ein paar neuen Songs nach. Drück mir die Daumen. Oh ja. Was ist hier so ein... Was ist denn da, Tier? Ach, da... Nee. Hä? Bin grad verwirrt. Hat die hier so ein... Geschoss-Dings irgendwo? Aber wo? Versteh ich's nicht so ganz. Hier dran? Nee. Da war auf jeden Fall noch orangenes Zeug. Uh. Nice. Was schießt denn hier? Ich schäck's irgendwie nicht, aber... Naja. Ich versuch mal hier wieder rauszukommen. Das sind doch bestimmt alle unten jetzt. In Alarmbereitschaft. Dach, Leute! Gott. Toll. Oh, oh. Die ist fast erledigt! Jetzt oder wie? Rennen. Uh. War mir grad ein bisschen zu viele. Und zu wenig Heilung. Oh. Es geht auch weiter. Oh. Es geht auch weiter. Lady, sie sollten da vielleicht abhauen. Nein. 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 Oh. Nehmt. So. Einmal heilen und weg hier. Ja, 20 Meter? Ich bin auch schon draußen. Entkommen aus dem Hotel. Ich entkomme. Spiel. Ah. Wie geht's entkommen? Ich bin entkommen, okay. Hat er, glaube ich, nicht so direkt gescheckt. Auftrag ist durch. Eddies sind unterwegs. Sehr schön. Bisschen eskaliert, aber hey, da füllen wir ein paar Upgrade-Komponenten oder was das war. Komm, yay, 10.900. Sehr nice. So, hier haben wir noch was. Ich glaube, das wird wohl Dinos-Gebiet hier sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Sieht auch so ein bisschen so aus. Entweder ein Fan. Hm, genau. Ja, ein Ascracks-Fan wahrscheinlich auch. Oder einer von den Ascracks. Ah, die laufen ja alle da mit rum. Mit den Rucksäcken. Uh, es hat schon wieder geruckelt. Joa, ich habe eine Abkürzung gefunden. Alles okay. Aber es ruckelt immer noch. Ey, da war es das für ein Auto. Hm. Eikles Zeug. Bitte? Der Kunde ist ziemlich großzügig. Was sagst du? Infos anbei. Lass mich nicht betteln. Okay, Kleptomanie. Also da wäre diese Stadträtin, Ava Cole. Tagsüber ist sie ein wandelnder Albtraum für figurige Konzerne. Sie weist auf Missstände hin, findet lästige Zeugen, verteilt Strafe und Gebühren und so weiter. Und nachts, nachts rammelt sie. Wie ein Kanicke mit so ziemlich jedem, der sich auf das Deck ihrer Jacht in der Marina verirrt. Ich würde ja erstaunt tun, bin ich aber nicht. Den ganzen Stress muss man ja schließlich irgendwie abbauen, oder nicht? Naja, auf jeden Fall will einer der Konzerne, an dem sie Probleme gemacht hat, Aufnahmen von diesen wilden, dreckigen Fickversammlungen. Er denkt sich, dass eine private Filmverführung für die Stadträtin sie davon überzeugen würde, eine etwas positive Einstellung gegenüber Konzernen an den Tag zu legen. Ich schicke dir den Namen der Jacht und die Koordinaten und du besorgst die Aufnahmen. Ach ja. Und an deiner Stelle würde ich mich nicht auf die versifften Möbel setzen. Sag noch, du bekommst mehr Eddies für den Auftrag, wenn du ihn leise erledigst. Mal gucken. Ach, das ist so ein Auto wieder. Ja gut. Wir wissen ja, wie gut ich das unbemerkt machen kann, ne? Ich speichere mal vorher. Wo müssen wir denn hin? Auf das Pixelboot da hinten? Bleibe unten, wenn man mehr begibt sich zu den Docks. Oh Gott, mich kann ich heilen. Können wir ihn irgendwie ablenken? Kundschafter. Können wir erst mal Breach-Protokoll machen? Das muss untersucht werden. So, erst mal benutzen. Litex aus. Das hier machen wir auch nochmal aus. Offline, sehr gut. Beschwerde. Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, da meine letzte Beschwerde zu keiner Lösung des Problems geführt hat, obliegt es mir leider sehr erneut auf das inakzeptable Verhalten von Portolomeo Portellini, dem Besitzer der Yacht, Geisha, hinzuweisen. Herr Portellini hat seine Yacht in einem Club mit zwielichtigem Ruf verwandelt, wodurch er mindestens zwei Regeln der Marina bricht. Artikel 8, Leerbeschutz. Artikel 11, wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Gelände der Marina. Es handelt sich bei ihm um einen äußerst störenden Nachbarn. Der Krach hält einen vom Schlafen ab und die ständigen Besucher auf dem Gelände der Marina stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Als ob das nicht schlimm genug wäre, können oder wollen Herr Mordellinis Gäste sich nicht wie normale Menschen benehmen. Jeden Morgen sind sie die Docks mit zerbrochenen Gläsen benutzen, Kondomen überseht. Ich verlange einen sofortigen und bestimmten Durchgriff der Marinaverwaltung. Andernfalls bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Yacht voran anlegen zu lassen. Freundlichen Grüßen, Josh Kavorkin oder so. Mahnung. Guten Tag, wir haben erneut eine Beschwerde über die lauten Pasi an Bord ihrer Yacht der Geisha erhalten. Wir bestehen darauf, dass diese Partys sofort ein Ende nehmen. Unsere Marina ist ein exklusiver Ort für Entspannung und gesittete Unterhaltung. Wir hoffen, dass wir Ihnen dies nicht noch einmal ins Gedächtnis rufen müssen. Liebe MitgliederInnen, da wir eine neue Sicherheitsfirma engagiert haben, müssen wir die Marina für einige Zeit schließen, um neue Alarmsysteme, automatische Sicherheitsgeschütze etc. zu installieren. Wir entschuldigen uns für die Unabnehmlichkeiten. Okay. Okay. Das ist ja schon mal gut, dass der Kram schon mal aus ist. Ich glaube, ich gehe lieber hier irgendwie runter. Okay, der hängt da noch dran. Ich hoffe, er bleibt da noch. Wie viel? Das Doppelte. Nein. Okay. Natürlich lasse ich die Aufnahmen bei der Ausrüstung. Klar. Wer quatscht denn da? Da oben läuft er irgendwo rum. Da sind Leute. Fängt die irgendwie ablenken. Da sind dann mal Leute, Sprecher. Gehen die weg? Interessiert die irgendwie nicht so viel. Toll, ich glaube, die Kameras sind jetzt an. Geil. Hm. Interessiert die nicht so viel. Hm. Ah, der sieht mich halt. Und die Kamera auch. Ich dachte, die wären aus. Ah. Guck mal, hier ist noch ein... Blockiert. Warum ist das blockiert? Ah, ist ja geworden. Mach mich auf die Suche. Ja, geh du mal. Beeil dich. Oh, oh. Wer sieht mich? Ah, ich glaube, der andere Typ, ne? Ah. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich kinnen soll. Oder oben. Bereich gesichert. Da. Wo wäre es denn direkt beschäftigt? Ach. Ich gehe schon. Gott, ey. Äh, mal reinstallieren. Ach, hier müssen wir, glaube ich, auch sogar hin, ne? Sehr nice. Kann man nochmal benutzen. Dateien, yachten. Otterly Fabulous 3. Prima, hab die Daten. Und irgendwas da noch. Seal of Trust, Boaty, McBoatface, Junior, Geisha, Oxbridge, Regatta. Sehr schön. Ah, hier sind wieder die Beschwerden. Gucken, was hat der noch geschrieben? Prima, hab die Daten jetzt so schnell ab, bevor das ungemütlich wird. Ja. Bisher lief es ja halbwegs gut. Gucken wir mal noch ein bisschen Geld. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ach, der da oben. Kacke. Hm, ich würde ihn gerne hacken. Aber ich glaube, wir schaffen das auch so. Tür ist ja offen. Schnell, 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 schnell. Oh, hier ist auch noch ein Klo. Cool. Okay, ist der Typ da oben noch da? Ich hätte ihn mal markieren sollen. Ach, ja. Gucken wir mal wieder an den Lautsprecher da hinten ran? Ah, ich glaube, er guckt gerade nicht wirklich. Ich beeil mich, ich beeil mich, ich beeil mich. Oh, vorne laufen welche rum. Oh, wer ist das? So, der kann mir ja egal sein. Ich hab's geschafft. Nice. Hol dir deinen Bonus am Übergabe. Nice. Das lief aber richtig gut. Sehr gut. Ich wusste, du kriegst das hin. Der Kunde ist zufrieden. Nice. Die Kohlaufnahmen sind wohl sehr interessant. Mhm. Danke, wie? Auftrag erledigt. Bitte, bitte. Mensch. Wer hätte es gedacht, dass ich das so hinkriege, ohne irgendeinen Lärm zu verursachen, oder die auf mich aufmerksam zu machen. So, und die Belohnung holen wir uns noch. Ich wusste, dass du das nicht in den Sand setzen würdest. Das Kunde ist glücklich, ich auch. Soll heißen, du kriegst einen hübschen Bonus. Schau mal bei den Übergabeort an diesen Koordinaten vorbei. Bin schon unterwegs. Uh. Nice. 7000. Gut, ich hatte jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, noch erwartet. Aber hey, war halt wirklich recht easy. Ich dachte, ich muss da irgendwie durch den ganzen Laden noch irgendwie durchlaufen. Irgendwie aufs Boot oder so noch drauf. Aber das ging ja doch recht gut. Und hier haben wir noch welche Autos. Die wir uns kaufen könnten. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Fahren wir da mal eben hin. Beautiful. Grüß dich mal. Gut, mentallys hagen. Schreiber. prit erwartet. Wirklichрасzen. Gut, traumhaft. coughing so much怎麼樣. Wirklich toys sind step Smack. ateræg farther aus. Leb꾼 yorum. Backl pratic calcul.